So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Ich warte schon den ganzen Tag darauf, dass endlich die nächste Season angekündigt wird, Rising Heroes. Aber dazu gibt es gerade irgendwie noch nichts oder es kommt gerade alles rein. Auch der Eventkalender vom März ist noch nicht da gewesen. Die nächste GBL Season, da gibt es jetzt gerade was dazu. Also es scheint jetzt alles zu kommen und das erste Event steht in den Startlöchern. Ist wohl aber ein absolutes Mini-Event, geht nämlich nur einen Tag, aber darauf konzentriert sich erstmal dieses Video, dass ihr wisst, was euch diesen Sonntag erwartet. Stellt euer Können beim Fangen von Pokémon während des Fang-Kunst-Events auf die Probe. Hier seht ihr ein super schönes Bild mit Caboera, Kikli, Nocchan und einem Pokestop. Das sieht cool aus, das sieht wuchtig aus, aber ansonsten zeigt das Bild eigentlich den gesamten Inhalt und das ist halt einfach nicht so viel. Trainer, beim Fang-Kunst-Event könnt ihr zeigen, dass ihr so stark wie Kampf-Pokémon seid und dabei Caboera, Kikli und Nocchan begegnen. Fang-Kunst am Sonntag, dem 5. März von 10 bis 20 Uhr. Also 10 Stunden lang Zeit, wilden Pokémon zu begegnen. Diese erscheinen häufiger Kikli, Nocchan. Sowieso die Frage, wen von den beiden findet ihr besser? Was ist euer Favorit? Musste man sich früher ja auch immer entscheiden, Kikli oder Nocchan. Ich finde beide cool, einer ist eine Kartoffel und der andere boxt halt. Die blauen Boxhandschuhe bei Nocchan sehen sowieso richtig edel aus. Das sind die wilden Pokémon, die häufiger erscheinen und während des Event-Bonis hier durch den Event-Boni auch eine erhöhte Shiny-Rate haben. Die Chance auf schillernde Kikli, Nocchan und Caboera ist erhöht. Außerdem erhält man doppelt so viele EP, wenn man Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften oder einem Curveball-Wurf fängt. In den Feldforschungen gibt es Caboera. Während des Events sind Feldforschungsaufgaben verfügbar, bei denen es um eure Treffsicherheit beim Werfen von Pokebellen geht. Für den Abschluss der Feldforschungsaufgaben könnt ihr den folgenden Pokémon begegnen. Caboera, Nocchan, Kikli, Wild, Caboera aus der Forschung, aus den Feldforschungen und Rabauts, das Baby mit dem Ursprung, woraus die anderen drei ihre Kraft ziehen, aus Eiern. Die folgenden Pokémon können aus 7km Eiern schlüpfen, die während des Events gesammelt werden. Also vielleicht eine gute Chance, wer noch keinen Shiny Rabauts hat, sicher eines zu sichern, die anderen bitte niemals Rabauts entwickeln als Shiny. Alles andere könnt ihr ja so auch in der Wildnisantreff, aber Rabauts ein Baby, Baby Shinies, bitte einfach so aufheben, wie sie sind. Also, für mich ist da nichts dabei. Ich habe das alles als Shiny. Vielleicht ein hunderter Rabauts, mal brüten, aber bei 7km Eiern habe ich immer die Probleme, weil ich kein Platzei habe und dann immer in dem Moment verpasse ich und dreh schon wieder einen Stopp vielleicht und dann, also ich bin eher ein Freund von 2km Eiern an Osterevents oder so. 7km Eier sind für mich immer Stress pur. Außerdem wird es eine befristete Forschung geben, bei der es um eure Treffsicherheit beim Werfen geht, schließt 10 Sets an Forschungsaufgaben ab, um insgesamt 40 Capoeira zu begegnen. Eine befristete Forschung mit 10 Sets, mit 10 Seiten, das klingt ja schon fast eher wie ein Forschungstag, wo ihr nicht Stops drehen müsst, sondern eben diese fertigen Forschungskarten habt, die ihr ausfüllt. Finde ich cool. Da hat man Sonntag was zu tun, aber wer weiß, was Sonntag für ein Raid Boss da ist. Aber für alle, die den Raid Boss nicht feiern, können ja ein bisschen rumgehen und können dieses Kampf-Event nutzen. Fang-Kunst-Event, das ist alles, das sind alle News. Was sagt ihr dazu? Das erste Event jetzt im März. Finde ich ganz nett. Nimmt man halt nebenbei mit, ein bisschen Erfahrungspunkte auch machen und wer die Shinies noch braucht. Ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite. Ich muss gleich nämlich noch was aufnehmen. Wir sehen uns später. Bis dahin, peace out for out, euer Ramses. Was ist eure Meinung zu diesem Event? Und ciao. Ciao.